In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit dem Akkuschrauber PSR Select von Bosch. Dank der neuartigen Bit-Trommel haben Sie die richtigen Bits immer mit dabei. Die Vorauswahl des passenden Bits fällt durch das beleuchtete Fenster mit Lupenfunktion leicht. Durch den innovativen Schiebemechanismus kann der ausgewählte Bit einfach herausgeschoben und wieder eingezogen werden. Zum Austausch eines Bits wird dieser vorne herausgenommen. Zum Austauschen kann jeder Standard-Bit verwendet werden. Durch seinen starken 1,3 Ah Lithium-Ionen-Akku bietet der PSR Select trotz geringer Baugröße mit 4,5 Nm eine erstaunlich hohe Leistung. Und nun viel Spaß mit dem PSR Select von Bosch.